Mein Name ist Murat Bosporus. Meine Freunde nennen mich den Osmanischen Krieger. Die, die mich nicht so gern mögen, die nennen mich Turkish Wrestling Machine. Ich denke nur an mich. Das ist doch der Leitsatz, den mir mein Vater gegeben hat. Denk an dich und schau, dass du erfolgreich bist. Ich kann jeden Gegner, egal wie groß, wie schwer, wie dick, wie dünn, durch die Gegend werfen. Ich bin unbesiegt im Ring. Was hat das damit zu tun, dass meine Moves unschlagbar sind? Eines davon ist der Columns und Islam. Mit dem vernichte ich jeden Gegner. Falls das nicht reicht, gibt es den Anatolia Splash. Der kommt von ganz oben, BAM, landet auf den Gegner. Und dann ist meistens Schluss. Und wenn ich den jemand wirklich quälen will, dann gibt es meinen patentierten Submission Move. Der MKG. Und danach ist meistens einfach nur Feierabend. Und der Turkish Wrestling Machine. Und der Osmanische Krieger ist wieder einmal Feierabend. Ich bin ein Star. Ich bin ein Fernsehstar. Sei es solitary, TV-Total, drei nach neun, egal was. Ich war schon da, wo viele Wrestler gerne sein würden. Wie ihr seht, ich bin ein sehr stolzer Mann. Warum bin ich stolz? Ich bin Türke. Und ich repräsentiere mein Land sehr stolz und einmalig. GSW Spirit bedeutet für mich meine Erfolge, meine Titel und meine Siege. Das ist GSW Spirit. Das ist das Ganze. Egal mit wem ich schon fertig bin. Wer am Boden liegt, wird eins kapieren. Die Wahrheit tut weh. Ich zeige Ihnen sehr. Ich zeige Ihnen sehr.